Alle Spiele der BQBWL, live on demand, nur hier, nur hier, und hier, und hier, und hier. Welcome to Basketball! Jetzt mit NBA und Berlin. Wieder mal eine prachtvolle Vorstellung vom Point Cut. Dann noch ein bisschen Ergebnis-Korrektur, ein schönes Anspiel auf Garlandin, den Slam Dunk Champion. Gibt aber auch nur zwei Punkte.